hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play in the room und ja wir haben hier letztes mal diesen branchen ding gefunden was steht denn ich kann wieder schon den punkt ein wegpunkt dafür auf der karte elementar schmiede bell nur okay und da haben wir noch ein elementar im hintergrund chaos doch jetzt kommt normal ja muss ja nicht immer viel verköpfen der nächste tot so eiser 4 frost salz gerne wieder alles mitgenommen ich mal schauen was haben wir denn so schwere sachen hier das geht eigentlich noch aber trotzdem ist ziemlich krass manchmal aber hier siegeln schön wäre es auch sachen nach gewicht zu ordnen damit sehen kann ob überhaupt wachen wichtig sind aber ich glaube abgelaugt noch dieses streitkolben und einen schwachen funken bogen so zwei so gleich mal die ausgerüstet ja genau doch irgendwie momentan bevor wir hier eingehen das ist ja klar auch vorbei du bist wie wieder zu regeln ich treffe das fiel ich das war zu hoch jetzt aber okay eigentlich habe ich entscheidend erledigt noch ein bisschen höher los wir haben noch ein bisschen warum bist du ja klar so das haben wir erwischt ja klar jetzt aber rieh und wildbrett und eisenpfeil sehr schön und hier noch rieh und hier noch als erledigt hier ja alles neben raus geht es hier also gepütze ja klar okay und wie gesagt nichts mache ich alchemie hier okay ich habe es erst mal gezeigt dass ich kann die ist zu überreden und blumen aber ich wollte mich nicht so lange aufhalten jetzt hier denn jetzt gehen wir rein ins in dieses beschwörer ding und pilzer ja alles wieder mitgenommen so wie es sein sollte und hier unten gucken wir mal was ihr uns erwartet rein in die gute schmiede und waffe gezeigt machen wir die häufige verkaufte häufig verkaufen und priester in verschiedene roten ah das ist ja uncool so ja klar die wir so machen so was aber auch ich glaube noch einmal das ist schon cooler das bestimmt wieder feuerrubil und feuer salz steckt billig multan so treffer aber der echte aus verdammt ist das ausgewiesen meine oma ist wehrhafter als du ab aber aber der schwierigkeitsgrad ist jetzt ordentlich ich habe den genauso hoch gemacht wie grand jetzt zum schluss noch ok rolle das mann raubs fackel eisenpfeiler natürlich die weile in seinen kopf gerammt haben und das war es und dann nehme ich noch ein paar schwere tränke die eh so toll sind so so 0,5 frost so 0,3 ist hier die wirklich die schweren hier noch jemand und ist aber hier ok sautür oha dunkel aber hier war was war das was war das wohl auch entdeckt du kannst nicht mehr so ok willst du wo ist er hin au ich will kurz meine eisenpfeile hier ja ach uah 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 zwei von euch nee 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 boah jetzt habe ich kommen noch neben so jetzt haben wir ein Gift oder was hier ist überhaupt ne anscheinend nicht ja klar zieh deine Waffe ein ziel uah jetzt aber und nochmal AAAAHH uah 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 hu uah uah sehr schön okay wir enden war und sich trägt und so ist okay ja ein mach über magie hier bin ich mal kurz zeige das könnte lesen aber lieber ich bitte ja deine oma ist viel wehrhafter als ich rede weiter hier aber nichts in der tour hier bier kiste was aber da wochen wir einfach über die magie okay das ist glaube dasselbe hier und wieder komischen trinken wir nehmen die viel zu schwer sind für uns ich glaube das bringt eh nichts so anscheinend kannst du nicht mal heilen gut dennoch auch ein siegt lebenshalte rolle der heilung ja lebenshalte hat nichts gebracht wo ist so oder so gelebt okay und hier tor leicht wir was mal gut gott so viele habe ich gar nicht muss ich auch noch üben aber wenn es mehr als 10 habe dann okay mehr als 10 werde ich nicht weg okay ja klar auch noch zwei wieder ja logo so so erst mal du hier wurdest du gelähmt keine ahnung ja 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 klar ja jetzt hau ab hau ab hau ab die bringt heil und nichts okay ich wollte es alles so die bau ist alles so wuhu okay und der könnte sich nicht bewegen deswegen oh gott ich dachte gerade da greift mich jemand von hinten an war ja ich mach dich mit dem bogenblatt siehst du klappt auch so ja jetzt flüchte siehst du hat so geklappt aber keine pfeile dafür zurückbekommen schade na gut dann wer war das nächste mal nicht mehr so machen wenn er die irgendwie absorbiert oder so schwach sind okay ich bin getan was haben wir hier nix besonderes mörser das gesellen lehrling gesellen haben wir glaube ich schon aber die drecke werden wir nehmen was haben wir hier feuer salz die tür krallen mörder salz sasam feuer salz feuer salz stillegift ok wir können mal kurz gucken wir haben noch bestimmt alles das achso ja ok ich werde glaube alles das gesellen haben brot haben wir hier noch hm so ein bisschen heil ist auch gut tor da drüben sie sich da schon wieder jemand ich weiß gar nicht ob ich das schon treffen können du möchtest ding ich glaube nicht ja 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 war klar ja auch klar und das ist auch logisch aber wir wollen zu verfolgen so ja 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 wir schauen bau 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 m bau ja ja bau bau m ha k bau 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 reinen r eine oder ich will ich nach so elementar schmied oder so habe ich gelesen also fall also fall stellen wir dann da tempel schild schwere rüstung leichte rüstung eisenerze zwölf stück auch mit jahr wo ich glaube schon viele haben aber trotzdem liebe mit speichern und das ist ein spaß die waffe weg was ist hier hier auch ein kucke war ja logisch ambos zu wenig mann ihr habt die handwerks erfahrung um zu spielen benötigt ihr habt zu wenig aussort blaseball spielefeuer also wir können eisen erst zu eisenbarer machen silbernuggets schmelzen goldnuggets schmelzen und bauer goldnuggets schmelzen muss ich hier noch handwerksfähigkeiten ok eisen benötigt mehr kohle interessant was haben wir hier noch einen seelenstein ja karenstein hier auch noch ja klar sehr schön und das ist eigentlich nichts das ist unwichtig ok dann würde ich sagen machen wir hier eine kleine pause sehen wir uns beim nächsten mal wieder das ist schon wieder ein feuer mit haben bis dahin ciao ciao